So ein süßes, feminines Gesicht. Oh, wo steckt mich einer? Das ist ein Einblick. Ich muss den nicht hinter mir beziehen. Oh Gott, ich kann die Zeige aus. Geil. Was ist denn? Alter, wir füllen zusammen die größten Hallen in Los Santos. Oh Gott, Alter. Oh, das ist rein, das ist doch. Ich meine, wir müssten nur unsere Körper zeigen und maximal eine Oberhose einhaben. Ja, wollte ich gerade sagen. Könnt ihr euch mal ein bisschen ausziehen? Wo ist der nächste Shop? Überhellstein und Tramotten, schöner und schau. Ja, wir reden hier nicht von den Mädels. Achso, ja, wo kann ich mich ausziehen? Ja, wir könnten uns hier ausziehen und die Nummer vorhanden. Ja, das ist doch geil. Das ist sein, wo du willst.